Herzlich Willkommen liebe Freunde zu einem neuen Video von mir TotemWerfer und heute geht es um die Gilde, um einen Teil, vielleicht sogar einen sehr großen Teil der Community, um einen sehr aktiven Teil der Community. Und zwar, wie manche von euch schon wissen, wir haben auf Blackmore ja eine Gilde, dort sind wir, die kleinen Totems alle am Start und machen gemeinsam Gold, PvP, wollen in Zukunft, vielleicht haben wir auch noch einen Raidleiter, da bin ich gerade noch ein bisschen so am abchecken, vielleicht gibt es sogar bald einen Raid dort und ja. Das Ganze ist so, ich sag mal, gemütlich am Wachsen, das ist auch nicht wirklich jetzt so eine Sache, wo ich sage, okay, das sind 1800 Abonnenten, wir brauchen jetzt 1800 Gildenmitglieder, sondern das ist eigentlich eher wirklich für die Leute, die da am Start sind, Spaß haben und auch gemeinsam eine Community in der Community aufbauen wollen, wo es wirklich nur um Spaß geht, ums Spiel, um den Spaß am Spiel. Ich bin dort selber quasi dann eigentlich nur mehr oder weniger ein ganz normales Mitglied und werde auch so behandelt, was ich echt cool finde. Aber es gibt gerade Informationen und zwar, wenn man hier mal reinschaut, unsere Gilde hat mittlerweile 114 Mitglieder. Wenn man überlegt, dass es die Gilde, glaube ich, vor drei Monaten oder so gegründet wurde hier, so richtig und vier Mitglieder hatte, ist das schon ehrlich gesagt richtig nice. Ich bin richtig glücklich drüber. Ja, es geht auch voran. Die Gilde ist aktiv und wächst und wächst und wächst, meine Freunde. Aber die Gilde, die heißt, ist ein Totemwerfer und jetzt hat ein Mitglied der Gilde, der Chris, ums genau zu sein, kennen einige oder wahrscheinlich sehr viele von euch schon. Mit dem mache ich auch manchmal PvP. Der Chris hat gemeint, ist ein Totemwerfer, also eigentlich bist ja nur du der Totemwerfer und eigentlich sind wir ja alle die Totems gemeinsam. Ich bin auch ein Totem, aber ihr seid auch Totems und er hatte die Idee, dass wir die Gilde umbenennen und er wollte es auch bezahlen, weil das Ganze kostet natürlich Geld. Und ja, bevor ich dann aber da zustimme, obwohl ich das eine richtig coole Idee finde, aber bevor ich bei sowas zustimme, wollte ich eigentlich euch fragen. Nutzt die Like- und Dislike-Funktion im Video und nutzt vielleicht auch die Kommentare, um uns zu sagen, wie ihr den neuen Namen finden würdet und ob ihr damit ein Problem hättet. Und vor allem natürlich die Gildenmitglieder, über die freue ich mich am meisten, weil die anderen haben ja damit jetzt nicht so viel zu tun, ja. So, ihr seht, unser Gilden-Logo ist ein Totem und das ist natürlich auch ganz wichtig, aber der Gildenname heißt, ist ein Totemwerfer. Und Chris meinte, warum heißen wir denn nicht Armee der Totems, weil wir ja alle Totems sind, ihr seid alle Totems, ich bin der Totemwerfer, okay. Aber trotzdem, coole Geschichte, ich finde den Namen eigentlich ziemlich geil, Armee der Totems, hört sich witzig an als Gilde. Was sagt ihr dazu? Habt ihr andere Namen? Seid ihr dagegen? Wollt ihr, dass die Gilde weiterhin so heißt? Oder, ähm, ja. Das würde mich interessieren. Wenn wir dabei schon sind, ich werde zwar nochmal ein extra Video irgendwann mal bringen, aber der Chris ist auch der PvP-Leiter, der möchte in Zukunft Arenas, BGs und auch, ja, Städte-Raids etc. machen. Der sucht immer noch aktiv auch Leute, die ihn da unterstützen bzw. halt mitmachen. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr selbstverständlich mit ihm in Kontakt treten und darüber labern. Ansonsten, jo. War's das jetzt eigentlich von mir? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ihr wisst ja, am Sonntag kommt der Raid-Stream, da freue ich mich schon besonders drauf. Wieder endlich streamen mit euch. Und, ähm, ja, zwischendrin gibt's vielleicht auch noch ein Video, wer weiß. Ähm, es wird ja dann am Montag wieder das Iron-Gold-Challenge-Video geben. Ich bin gespannt, was die, wie die Leute sich so schlagen. Bei mir läuft's eher kläglich, war jetzt zwei Tage weg, aber passt schon so, Freunde. Jetzt bin ich, wie gesagt, richtig gespannt. Ähm, was ihr davon haltet, schreibt's mir in die Kommentare. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.